Ich bin der Auserwählte, the one, derjenige, der Vererberinnen von den Toten erwecken kann. Es ist einfach nur so lustig. Mir fehlen komplett die Worte. Wie ihr wisst, habe ich gestern ein Video gemacht über meine Love-Hate-Relationship mit Pimax, wo ich euch genau erklärt habe, was eigentlich los ist, warum ich es so unglaublich schlimm finde. Dass sie die 699-Dollar-Version, die Version ohne Local Dimming, ankündigen, damit groß Werbung machen und dann im Endeffekt versuchen, die unter den Teppich zu kehren und einfach zu killen. Die waren nicht mehr auf der Webseite zu finden und ihr habt sie vorbestellt, konntet sie aber nicht bezahlen und Pimax sagte euch dann, die kommt irgendwann mal vielleicht und lieber upgraden hier zu den teureren Headsets. Also ein Bait and Switch, wirklich schlecht. Davon habe ich euch gestern berichtet. Und ja, gerade bin ich dann mal auf die Webseite von Pimax gegangen. Und was ist passiert? Die 699-Dollar-Version ist von den Toten auferstanden. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin begeistert, ob meiner Fähigkeit, tote Headsets eben wieder aufzuerwecken. Unglaublich. Lass uns mal die Webseite von gestern anschauen und die mit der Webseite von heute vergleichen. So, hier sind wir. Choose your desired version of Crystal Light. Das war von gestern. Ja, also nur noch die 899-Dollar-Version ist hier im Start. Dann mit Lighthouse, 899-Dollar-Version und 799-Dollar-Version. Also, 699-Dollar-Version. Einfach weg. Ja, einfach komplett gelöscht von der Seite. Und sie haben einfach gehofft, dass es keiner merkt oder dass es keinen stört. Und einfach, dass sie damit durchkommen. Ja, also blöd. Dann habe ich das Video gemacht, was ihr jetzt schon gesehen habt, hoffentlich. Und dann gucke ich heute Morgen oder gerade auf die Webseite und... Woo! Choose your desired Crystal Light. Hier ist sie wieder. Die No-Local-Dimming-Version. 699-Dollar. Sie ist wieder da. Wow! Die Macht von MRTV. Bei der Macht von Greyskull. Ja, also ist es der Wahnsinn. Es ist unglaublich. Die 699-Dollar-Version ist wieder da. So, aber... Und das ist auch sehr spannend. Es gibt jetzt eine Information mehr, die sie vorher einfach nicht gegeben haben. Und zwar bei der Refresh-Rate. Was euch hier auffällt, die kann keine 120 Hertz mehr. Jedenfalls nach dieser Auflistung hier. Sondern nur noch 60, 72 und 90 Hertz. Während die Version mit Local-Dimming, wie wir wissen, 120 Hertz kann. Eine sehr wichtige Information natürlich für alle von euch, die vielleicht gerne 120 Hertz wollen. Und das ist wieder so typisch, ja, Pimax. Warum nicht sofort das sagen, ja? Warum nicht einfach sagen, okay, Leute, hier, wir haben verschiedene Versionen. Die 699-Dollar-Version ist halt die günstigste, die wir haben. Die hat kein Local-Dimming. Und sie hat nur 90 Hertz. Und sie kommt erst irgendwann im Winter 2024. Okay, boom. Viele Leute hätten sie dann einfach nicht bestellt. Ja, und es wäre dann in dem Moment wahrscheinlich so unattraktiv gewesen, dass die meisten einfach dann sich für die 799-Dollar-Version oder für die 899-Dollar-Version entschieden hätten. Und dann wäre alles kein Problem gewesen. Sie hätten nicht versuchen müssen, die 699-Dollar-Version einfach zu killen, ohne dass es jemand merkt. Und alles wäre in Ordnung gewesen. Also einfach nur ein ganz dummer Management-Fehler. Unglaublich. Ja, wenn ich die Firma wäre, wenn ich im Management von Pimax wäre, hätte ich die 699-Dollar-Version einfach überhaupt gar nicht angekündigt. Ich hätte einfach gesagt, okay, wir haben hier die Pimax Crystal Lite. Das ist eine bessere Pimax Crystal. Und es gibt die Version für 799-Dollar, ja, ohne Controller. Und es gibt die Version mit 899-Dollar mit Controller oder eben die Version mit Lighthouse. Okay, schon günstig genug. Hammer, ja. Alle wären glücklich gewesen und hätten sich auf die 899-Dollar-Version gestürzt oder eben auf die 799-Dollar-Version und keiner wäre unglücklich gewesen. Keiner. Weil keiner die 699-Dollar-Version, wo sie anscheinend sowieso sehr wenig Geld verdienen, vermisst hätte. Und dann, wenn irgendwann mal die 699-Dollar-Version fertig gewesen wäre, im Dezember oder was auch immer, hätte ich gesagt, Leute, für alle von euch, die noch nicht auf den Crystal-Light-Zug aufgestiegen sind, weil ihnen auch 799-Dollar noch zu teuer sind. Okay, hier ist die Version ohne Local Dimming, die 699-Dollar kostet mit Controllern. Und noch mehr Leute hätten Pimax geliebt. Es wäre einfach nur Win-Win-Win für alle gewesen. Jetzt mit diesem unglaublich amateurhaften Management reden alle nur über die 699-Dollar-Version, die weg ist und ja, es gibt einfach nur diese schlechten Gefühle. Und das Grundproblem ist einfach, dass deren Management Amateure sind. Es sind keine Manager. Es sind nette, wirklich nette Ingenieure, die ingenieursmäßig was drauf haben, aber die einfach nicht wissen, wie man andere Sachen macht. Und das ist das Problem. Wenn Pimax ein professionelles Management hätte, einfach nur mit der Kommunikation, die ich gerade euch berichtet habe, dann würden die total vorne mit dabei sein und hätten eine Community, die sie lieben würde. Und es würde solche Videos, wie von mir gestern und heute, einfach nicht geben. Es sind einfach nur unnötig. Unforced Errors. Also Fehler, die einfach passieren, die nicht hätten passieren müssen. Und das ist doch wirklich schade. Und ich kann einfach nur an Pimax appellieren, schaut, warum ihr jetzt dieses PR-Debakel wieder habt und ändert das. Und ich weiß, dass der Grund ist, dass deren Management eben aus Ingenieuren besteht, die keine Ahnung haben von Business. Und dementsprechend, wenn sie das nicht ändern, bin ich auch der festen Überzeugung, dass Pimax leider keine Zukunft haben wird auf dem Markt. Weil sowas immer wieder passieren wird und dementsprechend hat man dann kein Vertrauen mehr in die Firma. Und jetzt, so wie sie es jetzt gemacht haben, werden sie einfach super viele Sales nicht mehr bekommen, weil man keinen Bock mehr drauf hat, weil entweder das Vertrauen weg ist oder die Leute jetzt vielleicht auf irgendwie die 699-Dollar-Version warten, die irgendwann mal rauskommt. Also einfach nur blöd und schade. Denn nochmals, ich würde gerne Pimax in meinem Leben haben. Habe ich ja auch. Ich liebe die Pimax Crystal Light. Aber ich möchte eben auch die nächsten Headsets von denen haben. Und so wird das einfach nichts. Ja, schade. Aber ich musste euch auf jeden Fall auch noch dieses Video bringen, weil es einfach zu lustig ist hier mit der Auferstehung der 699-Dollar-Version. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt ihr dazu? Bin ich der Auserwählte? Ja, der Headsets von den Toten auferstehen lassen kann? Und was haltet ihr von dem Management von Pimax? Seid ihr auch der Meinung, dass das das Problem ist? Oder was ist das Problem? Schreibt es mal unten in den Kommentarbereich. Und natürlich, wenn ihr solche unabhängigen Beiträge liebt, dann abonniert diesen Kanal hier und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Und lasst den Daumen nach oben da. Und kommt in die Discord-Community, denn da reden wir über sowas jeden Tag. Es ist der Wahnsinn. Ich wohne da drin. Es ist richtig gut. So, das war's für dieses Video. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video.